Ich weiß nicht, ich bin dann so ein bisschen im Zwiespalt. Entweder ist er einfach dämlich und ist so aggressiv, dass er wirklich die Leute einfach nur fertig machen will. Völlig unbegründet. Oder ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob er wirklich angefangen hat oder ob die YouTuber, also die größeren YouTuber angefangen haben. Ich vermute mal eigentlich eher, dass er angefangen hat. Und selbst wenn die anderen angefangen haben, soll er sich doch eigentlich lieber darüber freuen, dass er erwähnt wird in größeren Videos. Weil dadurch gehen die Leute automatisch dahin, gucken sich seinen Scheiß an und entweder sie mögen es oder sie mögen es nicht. Und ganz ehrlich, die Leute mögen es. Der Kerl hat 50.000 Abonnenten und allein das eine Video über CK hatte 70.000 Views. Und die Videos gehen alle so ab. Der Kerl kann sich eigentlich überhaupt nicht beschweren. So, und jetzt ist die Frage, macht er das aus Doofheit? Oder macht er das, weil er eigentlich gar nicht so doof ist? Hat genau gecheckt, was die Leute sehen wollen und zieht daraus jetzt seinen Nutzen nur auf eine ziemlich beschissene Art und Weise. Also, ich weiß nicht, damit gruppiert man ja so eine Hater-Gemeinschaft um sich. Und, ähm, also ehrlich gesagt, ich möchte eher, was ist mit dem Holz los? Ich habe Special-Effekt-Holz. Ähm, erstens möchte ich gar nicht so eine Hater-Community haben. Und zweitens gibt es ja auch jede Menge Leute, die dann eher den YouTubern treu sind. Und die dann auch nicht unbedingt gerade die eh intelligentesten sind. Und wenn dann einer... Es gibt echt kranke Leute im Internet. Ich habe es des Öfteren schon gemerkt, die... Es gibt wirklich welche, die sich dann die Mühe machen und den Leuten auflauern und sie bedrohen. Und ganz ehrlich, ich hätte Angst dann wirklich, als so ein Beef-Typ, dann irgendwann so ein Fan oder Hater dann vor mir stehen zu haben mit einem Messer in der Hand oder so. Weiß ich nicht. Muss man das wirklich haben? Noch dazu, das ist, ähm, das ist zwar das Content, den die Leute jetzt gerade sehen wollen, aber ist das auch wirklich das, was er in der Zukunft haben will? Also, weiß ich nicht. Wird er wenigstens, ähm, klar, man kennt ja das öfter, das ist viel, und, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das heute wirklich noch so rumgeht, und, äh, Bushido und, äh, boah, ich habe die Namen alle vergessen, das ist so lange her. All diese ganzen Leute bringen natürlich auch ständig Diss-Tracks gegen irgendwelche anderen, ne, und im Prinzip hypen sie damit ja eigentlich auch nur die, die sie dissen. Und von denen kommt dann auch wieder ein Antwortvideo und so geht das hin und her und so haben die eigentlich alle was davon. Und die machen es aber wenigstens noch auf, äh, auf ein Niveau, auf eine niveauvolle Art und Weise, ne. Gut, der eine oder andere benutzt schon mal ein etwas, etwas härtere Wörter, aber das sind dann wenigstens noch Reime. Es sind Lieder, es hört sich halbwegs vernünftig an, äh, je nachdem gibt es das eventuell sogar, äh, mit, äh, offiziellem Video und im öffentlichen Fernsehen. Ja, wobei, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade spontan kein Diss-Track ein, äh, Diss-Track ein, der mal im Fernsehen gespielt wurde, keine Ahnung, ich habe zumindest keinen gesehen. Ähm, aber das, das hat, das hat wenigstens, ist das eigentlich Brecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ist ein Riesenfenster, geil. Okay, das, das sollte eigentlich gut sein, so. Ähm, auf jeden Fall, da wollte ich doch dunkles Holz hinhaben, äh, auf jeden Fall, äh, 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 also das, was er macht, ist einfach nur niveaulos. Es, äh, es ist nicht gut, es ist wirklich so auf, ähm, auf, auf unterstem Niveau, wie, ähm, also ich, ich gehe ja mal davon aus, dass, äh, die Leute, die meine Videos gucken, und das jetzt vielleicht nicht nur, um mal eben reinzugucken, sondern wirklich dann vielleicht auch bleiben, mich abonnieren, da gehe ich von aus, dass diese Leute, äh, halbwegs Intelligenz besitzen. Denke ich doch mal, weil ich glaube, ansonsten wären sie mit meinem Content einfach nicht zufrieden, weil ich einfach nicht, äh, ja, jo, ey, Aschwicker und, brr, und, äh, nee, ist nicht so mein Ding, und, äh, solche Leute finden irgendwie auch nur sowas toll. Oh, und ich kann das nicht mal nachmachen, ey. Ähm. Auf jeden Fall, er, er bringt halt eben genau so einen Content-Wall, Leute, ey, ihr müsstet, äh, äh, das ist schlimm, dass ich das sage, aber um, um es wirklich verstehen zu können, müsstet ihr euch das eigentlich angucken. Nur damit hype ich ihn dann auch schon wieder, das ist so, bäh. Äh. Einen Ausschnitt will ich jetzt, nee, einen Ausschnitt packe ich jetzt bei mir auch nicht ins Video, das ist, ist mir dann irgendwie auch zu, zu wieder. Ähm. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, auf jeden Fall, das ist muss diese Art von Content sein. Ich finde, das ist der unmoralische Weg. Natürlich, kein YouTuber ist so ganz hundertprozentig sauber. Klar, die meisten oder viele oder fast alle Größere leben ja auch davon. Und wenn die dann irgendwann auf 500 Klicks pro Video absacken oder so, dann wird es ein bisschen knapp langsam. Und irgendwo müssen sie ja auch gucken, wie die Kohle reinkommt. Und natürlich benutzt man dann mal sowas wie Cross-Promotion. Man geht in Projekte mit anderen Größeren, größeren U-Tour-Bern, um vielleicht bemerkt zu werden, damit die dann einen auch angucken. Oder man packt besondere Wörter, Stichwörter mit in den Titel und in die Videobeschreibung und was dann bei der Suche auftaucht und oder was halt natürlich auch viele klickgeile Leute machen, ist, ähm, Beispiel. Jetzt 1. April-Scherz, ne? Was bringt Debitur? Minecraft 1.9. Sexmod. Ja, klar, Sex. Drei Buchstaben, so sieht man es. Drei Buchstaben, die werden, keine Ahnung, wie oft bei YouTube eingegeben. Ich verstehe auch nicht warum. Und so ein Video hat direkt mal eben das 3-, 4-, 5-fache, wenn nicht noch mehr bei anderen YouTubern direkt mal das 10-fache an Klicks. Äh, weil am besten noch mit Titten-Thumbnail oder Arsch-Thumbnail und, ähm, ich weiß nicht was alles. Und, äh, das hat dann direkt mal zigmal mehr Klicks. Und weil, weiß ich, scheinbar irgendwie die ganzen, boah, ich bewege mich auf sehr dünnem Eis, äh, weil sie scheinbar sehr viele, äh, erhoffen, dass sie dann irgendwie Titten oder Sex oder ich weiß nicht was auf YouTube sehen, weil sie es klein und jung und nötig haben. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nur dann verschiedene. Haben diese Leute Angst dann auf, bei, auf YouPorn auf den Enter-Button zu klicken? Äh, ich, äh... Äh, keine Ahnung. Es ist, äh, ich krieg's nicht in den Schädel. Warum hat so etwas zigmal mehr Klicks? Dafür gibt's, äh, zigtausend Beweise. Keine Ahnung. Könnt ihr mal ein soziales Experiment machen. Das scheint im Moment ja wohl irgendwie auch so supergeil zu sein. Einfach irgendein Video? Ich sag mal, in der Suche, solange man das noch nicht angeklickt hat, sieht man ja nicht, was drin vorkommt. Und dann einfach ein Tittenbild und Sex, Porno, soziales Experiment, Tanzverbot und keine Ahnung, einfach so ein paar Stichwörter irgendwie in dem Titel mit verbauen oder so. Und ich wette, selbst einer wie ich würde dann auf einem Video auf einmal tausend, zweitausend, dreitausend Klicks machen. Klar, die Leute würden sofort wegklicken wieder, sobald sie sehen, aber erstmal würden sie es anklicken. Warum? Warum ist die Welt so verkorkst? Ganz ehrlich, für sowas gibt es ja eben auch andere Seiten. Für so eine, wie jetzt, gab es auch irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so, gab es eine Diskussion auf Twitter darüber, über irgendeine Katja, ich weiß nicht, wie sie hit. Ich wusste es, ich habe den Namen glücklicherweise direkt wieder verdrängt, damit ich eben auch am besten gar nicht erst in sowas hier erwähnen kann. Die bewegt sich, würde ich sagen, auch auf... Was war das? Okay, keine Ahnung, ob ihr das jetzt gehört habt. Ich habe es gehört, als wenn irgendwas an meinem Computer auf einmal ausgestöpselt wurde oder so. Wie sieht eigentlich... Och ja, meine CPU-Leistung liegt so bei drei Viertel, das ist ganz in Ordnung. Besser als vorher. Und immerhin spielen wir Minecraft mit Shader. Ich bin mal gespannt, wie das wird mit Modpack drin. Äh, ja, auf jeden Fall, äh, hier Katja und so, ne, und, ähm... Hat da natürlich ultra dick gehoben. Ne? Und die ganzen kleinen, notgeilen Kiddies gucken sich die Videos natürlich wie blöd an. Dann packt er natürlich, keine Ahnung, sich mit aufs Thumbnail und vielleicht noch irgendwas anderes. Und dann, äh, irgendein Spiel, was gerade geheilt wird. Darüber macht sie dann irgendein, ich weiß noch nicht mal, ob it Product Placements sind, ich will da jetzt gar nicht zu viel sagen, aber irgendein Video, ne? Und das wird dann geklickt, wie blöd. Aber das ist, das ist so offensichtlich, dass sie klickgeil sind und einfach nur schnell, so weit wie möglich hochkommen und Ruhm und, äh, Geld und... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da wirklich noch der eigentliche Sinn hinter steckt, Videos für die Community. Ja, für die ganzen kleinen, notgeilen Kiddies. Aber, niveauvollen Content, Spaß an seinen Videos, ja, okay, solche Leute haben wahrscheinlich auch Spaß daran, ihre Titten zu zeigen oder, äh, Beef zu machen oder... Ja, das ist jetzt wieder Auslegungssache. Aber ich finde, es gibt den, den moralisch vertretbaren Weg und es gibt den unmoralischen Weg. Und ich finde, so... Vorne Darstellerin oder so, äh, Beef-Typen, finde ich, ähm... Ist, ist, ist nicht, äh, ist nicht das, was auf, ja, nicht das, was auf YouTube gehört. Boah, wie soll ich das sagen? Keine Ahnung, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ganz ehrlich, die, die Leute sind doch auch irgendwo Vorbilder. Ne, sie, sie, sie werden nun mal viel geguckt auf YouTube und irgendwie ist das, ist das scheiße hier. Zwei nach links, zwei nach rechts. Oder mache ich so eine ganze Glas Wand? Ich glaube, ich mache eine ganze Glas Wand. Und ich, hier gehe ich, glaube ich, dann gar nicht mal mehr so weit raus. Gehe, gehe, glaube ich, nur noch so bis hier. Dann habe ich hier so einen kleinen Vorsprung. Ja. Die Leute sind ja irgendwo, irgendwo auch Vorbilder. Und... Also, wenn ich, wenn ich sehe, ja, klar, ne, irgendwie sagt jede, jede Altersgruppe sagt, die Jugend von heute. Und... Aber es ist so, Leute, geht mal raus und... Okay, gut. Also, meine Frau hat mir letztens, äh, noch erzählt, dass damals, als sie, als sie schwanger war und so, und ich war ja nicht immer dabei, ich musste ja arbeiten, ne. Und wenn sie dann halt mal, äh, Bus gefahren ist, oder das sieht sie auch heutzutage noch bei anderen, äh, wenn dann eine Hochschwangere in den Bus kommt oder, äh, oder ins Wartezimmer beim Arzt, so, das ist, glaube ich, wesentlich, äh, wahrscheinlicher als, als Busfahrer meine Frau hat ein Auto. Also, ähm, es sind eher die Jungen, die aufstehen und der Schwangeren dann Platz machen, als die Alten. Die Alten denken sich dann, äh, ich hab, äh, mein ganzes Leben lang für diese, äh, für diesen Staat geschuft, blablabla, äh, ich weiß nicht was, ich hab das Recht, keine Ahnung was, aber, äh, also tut mir leid, ob da jetzt so ein, sagen wir mal, 75-Jähriger, ja, noch relativ fit und so, und blablabla, äh, dann auf dem Sitz sitzen muss, die eigentlich auch genauso gut stehen könnte. Na, jetzt natürlich keine, die, die eh schon Probleme hat, aber eine, wo man vorher schon gesehen hat, okay, die ist topfit, ja, oder so eine Hochschwangere, die wirklich Probleme hat, äh, die Lasten zu tragen. Ich glaub, viele wissen einfach gar nicht, was es heißt, schwanger zu sein, ne, und, aber die Jungen stehen dann auf, die sagen, ne, hier, komm, setz dich, gut, das könnte vielleicht Tittenbonus sein, weiß ich nicht, aber sie tun's, ne, aber das, das ist dann eigentlich eher so die Ausnahme, zumindest hab ich das so festgestellt, ne, deswegen, es könnte vielleicht wirklich einfach nur Tittenbonus sein, den hab ich ja nicht. Äh.